Die Admirer darf am Tivoli nicht verlieren, sonst geht es nach neun Jahren Bundesliga zweitklassig weiter. Jimmy Hofer und seine Mannen wollen das auf jeden Fall verhindern. Für die Tiroler geht es allerdings darum, nach dem historischen Aufstieg im Vorjahr nicht gleich wieder abzusteigen. Einiges steht auf dem Spiel und die Anspannung ist von Beginn an zu spüren. Die Tiroler haben aber gleich in der fünften Spielminute einen richtigen Sitzer. Stefan Mayrhofer mit über zwei Meter Körpergröße hat er den zu besseren Zeiten schon mal untergebracht nach der Vorlage von Buchach. Auf der anderen Seite Jimmy Hofer im Mittelpunkt. Die einstigen Kollegen von Rapid dominieren das Geschehen in dieser Anfangsphase. Macht vieles richtig, der Abschluss aus Spitzenwinkel dann gut entschärft von Ferdinand Oswald. In der 19. Spielminute, die Admirer wieder im Vorwärtsgang. Jülmend auf Jimmy Hofer, der legt dann nochmal ab auf Jülmend und der zieht dann ab aus der Distanz. Und da fehlt gar nicht so viel, wenn gleich Ferdinand Oswald durchaus an den Ball rangekommen wäre. Ja, in dieser Phase ist die Admirer stärker, das sieht auch Felix Magatz. Nach einer halben Stunde aber wieder Mayrhofer hier im Einsatz. Mustergültige Vorarbeit für Slatko Dedic und der bekommt ihn dann nicht mehr im Tor unter. Ganz viel Dusel und natürlich auch Pech für die Tiroler mit dabei. Nach dieser Bogenlampe von Guggenick ist es zunächst Mayrhofer, der sich durchsetzt. Kein Abseits, weil Schösswenter das Ganze aufhebt. Und Dedic im Pech. Beide Mannschaften haben im ersten Abschnitt Chancen, um in Führung zu gehen. Und die Admirer probiert es wieder über dieselbe Art und Weise. Wieder verschätzt sich Neurauter. Wieder ist es Jimmy Hofer. Diesmal ist der Abschluss zu ungenau. Oswald muss hier gar nicht wirklich eingreifen, wird mehr oder weniger angeschossen. Immer wieder diese Wechselpässe, die den Tirolern Sorgen bereiten. Nicht nur am heutigen Spieltag. Die letzte Chance gehört dann Markus Mayr. Schön getretener Freistoß, aber auch gut abgewehrt von Ferdinand Oswald. Andreas Leitner und seine Admirer, sie werden nach momentanem Standweiten im Oberhaus. Die Tiroler müssen einen Treffer erzielen und am Ende dieses Spiel gewinnen. Wieder in der fünften Minute nach Wiederbeginn. Pezzos Flanke auf Stefan Mayrhofer und der kann es wohl gar nicht fassen. Zwei so hochkarätige Chancen vergeben. Wie willst du denn da den Klassenerhalt sichern? Auch hier die Admirer natürlich zu kritisieren, schauen nur zu. Und Zentimeter fehlen. Danach verflacht die Partie, muss man sagen. In der 71. kommt die Admirer zur ersten Möglichkeit durch den bereits eingewechselten Kolja Pusch. Die Tiroler machen nochmal Dampf. In der 80. wieder Pezzos lässt seinen Gegenspieler aussteigen, findet Jeboa. Und ein Meter fehlt auf den Führungstreffer. Man merkt, die Tiroler haben noch etwas im Tank. Auch wenn es eine anstrengende und vor allem mental belastende Saison gewesen ist. In der 82. dann nochmal aufbäumen über Svoboda, der den Ball dann irgendwie ins Zentrum bringt. Soares nochmal raus, dann die Flanke zur Mitte. Denic auf die Stange und Kevin Jeboa, den darfst du nicht vergeben, den musst du machen. Pech und dann auch ein wenig Unvermögen mit dabei der Slowenia aus ganz kurzer Distanz. Und Jeboa kann sich dann theoretisch das Eck aussuchen, verpasst aber. In der 85. nochmal aufbäumen mit Svoboda. Der probiert es dann aus gut 18 bis 20 Metern. Dedic dann in Abseitsposition sehen wir hier bei der Schussabgabe von Michael Svoboda. Und das war es noch immer nicht. Die Tiroler wollen es noch einmal wissen. Ein langer Abschlag von Ferdinand Oswald wird weitergeleitet. Und dann startet Kelvin Jeboa. Sein Solo bis zur Strafraumgrenze zieht dann ab. Der Schuss am Ende zu harmlos. Es bleibt 0 zu 0 und die WSG Tirol muss den bitteren Gang in die zweite Liga jetzt antreten. Diat Mürer hingegen feiert den Klassenerhalt und die zehnte Bundesliga-Saison in Folge.